Ladies and gentlemen, und hier ist unser Captain Sir Henry Morgan! Und hier ist unser Captain Sir Henry Morgan, und hier ist unser Captain Sir Henry Morgan. 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 Badaboo! Jo, Bruce, die Nummer ging ja wohl eindeutig an die Piraten. Lafitte ist explodiert und Sir Henry Morgan und seine Piratencrew haben das gesamte Gold gewonnen. Seitdem ist bei denen Party angesagt und deswegen haben wir beide ja auch neue Klamotten gekriegt und... Äh, Dieter? Jo, Brucey, Baby! Äh, er ist wieder da. Hä? Wer? Na, der olle Admiral Lafitte. Och, nö, ne? Ach so, deswegen heißt die Show auch die Rache des Admirals. Na dann, los geht's, Leute. Viel Spaß! Na klar, Marbleudia, wo steckst du? Vorab! Ah, bonjour! Meddamsemesse! Seid ihr immer noch da? Oder schon wieder? Na ja, für die, die mich nicht kennen. Ich bin der Astro-Gefürstete! Auf Wiedersehen! Ihr Pfeifen! Wisst ihr, wer mich zum Feind hat, der kann sich wenigstens zu 100% auf mich verlassen. Wenn ich euch so anschaue, dann sagen die einen vielleicht, ihr seid das beste Publikum. Ich aber, ich sage, ihr seid nichts anderes als ein großer Gammelfleischskandard! Oh, Mademoiselle! Normalerweise pflege ich meine Haare geschlossen zu tragen. Und auch mein Uniformstil ist nicht so umgepflegt. Ha! Diese verdammten Piraten haben mir das angetan! Aber heute werde ich es ihnen einzahlen! Ich schone mir das Gold aus der Bucht der Piraten zurück! Mein... mein Gott! Boah! Diese Trottel haben es in meiner Abwesenheit geborgen und lassen es einfach hier herumstehen. Na gut! So muss ich meine Hände nicht schmutzig machen! Verdammt! Sie kommen! Ich muss mich verstecken! Hier ist gut! Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen! Butt nicht! Das liegt." Wie gesagt! Butt nicht so hoch! Anda prizeforieren! Warum hoffen und auch nur den besten barilen! Wenn rompia schlimme, kommt mit unserer Unbefüllung! Dann schön sich die Himmel zu stellen! Dank ihr guarding dass deiner aus! Ich schät, wir nitt nicht nach unten, glaube ich nie in den Körper der Einflamen! Ladies and gentlemen, the one and only Miss Rosie Rothmans! Schrauben wir uns alle zäunchen! Klieren wir uns alle Fähigkeiten! Die từ Schrauben war ein Lachen. Es ist so, dass wir uns alle alle dranbleiben, Also, dass wir uns alle anleiten, dass wir uns alle anleiten, dass wir uns alle seit Das war's für heute. Ähm, was wollte ich sagen? Ah, Ahoi und herzlich willkommen in der Bucht der Piraten. Meine anwärter Piratenname ist Captain Sir Henry Morgan. Statt's gewinnt. Ich sag euch was. Seitdem der französische Admiral Lafitte, getrieben von seiner Gier des Goldes, mein letztes Mal explodiert ist und wir endlich unsere Ruhe haben, geht es uns richtig gut. Wir trinken, feiern, tanzen und hängen den Liebenlagern zack, der rosigster Werner ab. Hey, du siehst aus, als kann ich. Vier Ruhm vertragen. Ja, wir raten, ich geb einen aus. Freilung für alle! Ich muss langsam mit dem Ruhm aufhören. Ha, dieses verdammte Piratengesinne, oh dieu! Oh oh, aufgepasst, Buß, voll Pfosten auf elf Uhr. Leute, alle mal langsam umdrehen. Mont Blanc ist im Anmarsch. Endlich bin ich mal, Boss! Schluss damit, ständig von oben herabbehandelt zu werden. Schluss damit, mit den ständigen Schlägen auf den Hintergrund. Ja, meine Mama hat immer gesagt, wer der Pferde folgt, der schaut immer nur auf Ärsche. Du siehst so aus, als wüsstest du, wovon ich spreche. Hey, ist das dein Gesicht, oder? Ach, egal. Ähm, heute bin ich mal was, toller Mantel, oder? Ach, ich muss ihn nur noch finden, den Schatz. Ach, ja, und wenn mein Admiral Lafitte dafür zu blöde ist, da muss halt, ab mir rein, um London! Na, warte, bisschen, wenn ich dir zwischen der Finger bekomme. Chef zu sein, ist aber auch gar nicht einfach. Ich glaube, ich muss mich jetzt erst mal ausholen. Ach, sag mal, ist der Platz noch neben dir frei? Dann denk mal drunter nach, warum das so ist. Ach, eine Taverne. Ach, ich werde speisen und etwas trinken. Bonjour, bonjour. Bonjour.